Oh! Oh wow! Oh wow! Wo haltet die Taschen da bitte noch einmal her? What the fuck ey? Wo hat der die Taschenlampe auf einmal her? What the fuck ey? Geht doch! Ja! Da hat sie glaube ich nicht mit gerechnet. Genau, Steam Overlay, genau. Richtig, richtig. So sieht's aus. Das was Michi da schreibt ist genau das was ich äh... ...was du suchst. Wie gesagt, wenn's dann nicht funktioniert, würde ich dann gegebenenfalls das Game schlicht und ergreifend mal neu starten. Schlicht und ergreifend. Aber man sieht, ich hab jetzt mal wieder... ...noch nicht mal einen Safe Pip gehabt, ne? Wenn ich den einen Dwight jetzt gekillt hätte, hätte ich wenigstens noch einen Safe Pip gehabt. Aber sie gönnt's einem ja nicht. Das ist ja der Punkt. Es wird einem ja nicht gegönnt als Killer, selbst wenn du fair spielst. Hätten da so bei den... ne doch nicht. Wow. Ich hätte gedacht den fürs Double-Werk hier. Aber keiner Zeit aber schon doppel- äh, drippel- blüttel- blüttel, äh, ne. schon punkte haben kann das sein kommt mir gerade so vor ja du siehst ja selbst mit nöt kommst du echt fast nicht mehr dagegen an das ist echt der hammer du musst wirklich den letzten abkämpfen das ist traurig aber es ist so weil du sonst nicht auf deine pip kommst weil die wo kam auf einmal die scheiß taschenlampe her ich weiß es nicht keine ahnung die hat wahrscheinlich aus dem kenner gezogen oder so der drecksack er ist nämlich nicht mit der lampe reingegangen aber dass ich auch instant blind war das hat mich auch noch gewundert weil normalerweise so schnell kannst du wirst du nicht geblendet nicht von einer taschenlampe die du findest es sei denn natürlich hat ich habe ich hätte mal auf die perk ich hätte mal auf die perks achten sollen vielleicht hat er guten das game funzt wieder ja glückwunsch also hat das game die ganze zeit gefunden ist ja sich das richtig eigentlich ab zwei uhr ja aber du siehst ja was ich an punkten kriege das ist echt unglaublich ich bin immer so schnell auf auf 100.000 wieder das ist ja echt heftig ja ich bleib halt hängen gg oh mein gott schade was das jetzt war frage ich mich gerade da hat sie selber bisschen gefällt gerade ja okay das böse fenster ist schon mal zu so das fenster war es dann ne meine liebe wow ich schade die die ganze zeit aber ich komme nicht hinterher ist unglaublich da machen wir es eben anders und sie kriegt ein spinnburst vergieß es baby da da Die gehen gut safen. Nicht. Hier ist aber noch einer. Hier ist es auch ganz gut, wenn die sich wirklich Zeit lassen beim Retten, weil das ist dann für mich auch kein Grund zu campen. Darab. Okay. Hätte ich mir jetzt vorstellen können. Haus ist ruhig. Hier wäre jetzt noch. Hier ist ein Stretchmark, Stretchmark. Wow. Irgendwo hier flitzt einer rum. Da. Huuuhu. Spitburst. Scheiß aus. Ja, ich muss in die Paletten reingehen, sonst bringt bei denen nichts. Ja, da hat es mit dem Wandfaken nicht funktioniert. Alter! Ernsthaft? Wow. Hier war doch einer. Unglaublich. Ausgetrickst, nice. Hat sie gut gemacht. Hat sie mich gut verarscht. What the fuck? Wo ist sie hin? Ja, ist klar, Baby. Also verarschen kann ich mich alleine. Das ist Verarschung pur, ey. Wie kann die denn bitte so sich wieder weglegen? Also das ist ein Witz. Das ist Verarschung. Das ist Verarschung. So, und jetzt ist es mir scheißegal, jetzt renne ich nur noch durch. Aha, flink. Und sie haben alle Totems gemacht, ergo mein, wow. Alle meine Totems weg, ergo wird nix, schade. Oh, ich bin ja. 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 Nice geblockt. Richtig, nice geblockt. Nice geblockt. Ach, jetzt treffe ich. Mhm. Ist klar. Jetzt treffe ich auf einmal. Lächerlich. Ne, du hast ja gesehen, John, die haben das super gemacht. Der eine hat mich geblockt, der andere hat runtergezogen. Ich kam nämlich hinterher. Konntest du vergessen. Ja, du hast ja gesehen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.